Hier habe ich mal wieder etwas kleines bekommen. Das sind Pistolenarmbrustpfeile. 6,5 Zoll, 12 Stück. Haben gekostet bei dem Händler, wo ich immer bestelle, 2,90 Euro plus Versand. Da ich eben besser bestellt habe, habe ich mir die gleich mit bestellt für meine Pistolenarmbrust, weil für den Preis macht man dann wirklich nichts falsch. Die kann man natürlich nicht, denke ich mal, allzu häufig schießen, weil 2,90 Euro für 12 Pfeile ist ja nun wirklich einfach mal gar kein Geld. So, ich werde sie natürlich noch schießen und dann mal schauen, wie lange sie ausschalten. Das sind halt reine Plastikpfeile. Die Spitze kann man nicht wechseln, nicht abdrehen. Das sind reine Plastikpfeile. So, hier seht ihr die Dingers. Ich habe auch schon, ich habe bei meiner Pistolenarmbrust auch andere Pfeile dabei. Und dann gibt es sie noch im Zombie-Look und dann mit Holz und mit Spitzenwechseln und alles mögliche. Das ist halt so die günstigste, die wirklich allergünstigste Variante. Ich werde die jetzt die Tage mal schießen, dann werde ich euch mal ein Video davon schicken und dann mal gucken, wie ein Pfeil direkt nach einem Schuss aussieht. Ja, ich denke mal, ich werde auch auf irgendeine Frucht schießen. Wahrscheinlich eher eine Wassermelone oder sowas. Weil ein Baum, da wird es wahrscheinlich den Pfeil zerfetzen. Aber für 2,90 Euro, sag ich mal, macht man nichts falsch. Dafür kann man sich die auf jeden Fall mal hinlegen. Ihr habt ja die mal gesehen, die guten Stücke. Ich werde die Teile auf jeden Fall verlinken. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Lasst mir einen Kommentar da oder auch nicht. Bis denn dann. Tschaui. 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 Tschaui.